Willkommen, willkommen. So, zurück hierbei. Ähm, was haben wir denn hier? Ach ja, äh, Dead Island. Und? Wir versuchen gerade. Nee, das geht nicht. Hier hoch. Das geht auch nicht. Ich muss ja erstmal die Scheibe durchschauen. So, jetzt komm hoch, komm hoch. Wieso geht denn das nicht? Hup. So. Läuft das. Alkohol, komm hier. Hier, noch mehr. So, Nahrungsmittel genommen. Kasse haben wir schon. Und was ist das hier? Saftpaket. Dietrich Stufe 1. Hm. Also eigentlich nützt mir das gar nichts hier. Check, check. So. Frau Lück, was machen wir denn hier mit Danmark? Und was haben wir eigentlich hier für ein Stückchen? So. Und zwar müssen wir hier lang. Tür auf. Ist hier jemand? Hallo. Hoch. Ja, hier. Komm. Ha. Der Bispo Schläger ist echt gut. Muss ich mal sagen. Ich habe so das Gefühl, wir sind da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Unsere Mission ist ja Druckkammern. Wie geht denn das? Achso, mit F. Da gibt es irgendwie Autos und da gibt es irgendwie Gestänge. Das muss mir mal jemand erklären. Was ist das? Oh, Energy Turn. Das ist gut. Hm. Jetzt die Runde oder was? Was wird uns denn da erwarten? Wir wissen das nicht. Gehen wir mal runter, komm. Oh, das sieht gefährlich aus, der Typ. Oh, oh, oh. Das ist ein Riesentyp. Ein Riesentyp. Ein Riesentyp. Äh, wo geht die lang? Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Puh. Ach du Scheiße, hier sind wir. Ja, warte mal. Ja, komm her. Und? Oh. Äh. Und das, das, das. Ja, ja, ja. Au, au. Oh, ey, wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Ach, der geht zurück, der geht zurück. Ach. Und hier, und den, den. Puh. Geschafft. Puh. Oh, das war knapp. Was hat sie denn? Ein Paddel? Ach, Quatsch. Brauchen wir nicht. Und was hat er? Zaunbrett. Käse. Hier, komm. Oh. Oh. Hier. Ich liebe das Spiel, das fetzt. Das macht Spaß. Okay, ähm. Ach hier. Wir wollten ja noch einen Energy Drink nehmen. Gluck, gluck, gluck. Und einen kleinen Energy Drink. Und einen kleinen Snack. Und wir wollten die Kiste öffnen und schauen, was drin ist. Es ist nichts drin. Ihr seid doch Arschlöcher bei... ...Dead Silver. Okay, was ist das? Was ist das? Das Rohr bringt mir gar nichts. Das Rohr bringt mir gar nichts. Schweres Rohr bringt mir auch nichts. Da brauche ich einen Dietrich Stufe 3. Ich habe so das Gefühl... Ups, komm, wir rücken rüber. Ach so, das ist ja links. Äh, rechts. Hä? Was ist denn das jetzt? Warum ist denn das so dunkel? Gibt es hier noch einen? Wo sind die? Komm, wir steigen mal aus. Gucken wir uns den mal an. Wo ist denn der? Ach, da. Karte, komm, aufhalten. Schnell, schnell, schnell. Puh, da sind bestimmt Typen dahinter. Und die müssen wir so einen Platten machen. Jetzt Achtung. Schnell rein ins Auto. Jawohl. Und? Komm her, komm her, komm her. Hier. Ha, ha, ha. Komm her, komm her. Ja. Du bist wieder der mit der Hose. Puh. Wir fahren zurück und wieder drauf. Shit. Was willst du denn von mir? Freak. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Auto. Wir müssen ja für Mikey oder für Dominic noch ein... Ach, und das ist echt nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Und ja, 14. 14 Dollar. So. Wir müssen jetzt erst mal einen Energy Drink nehmen. Wer ist denn das? Hä? Und einen... Und einen... So. Was haben wir denn hier? Hey, Asche zu Asche. Füll dich den Benzinkanister. Das sieht gut aus. Ich nehme mal noch einen Energy Drink. Und hier kriegt man bestimmt Geld. Und eine Stahlrute. Na, ist okay. Mal sehen, für was wir die brauchen. Man weiß es ja nicht. Klippwand. Habe ich ja nur 90 Liter. Die Schaufel ist... Etwas... Nee, komm. Das müssen wir jetzt besser bedienen. Das ist ein Lampion. Wir müssen einen Kanister nehmen. Und... da rausgehen. Ach, da müssen wir den hinstellen. Guck mal. Hier. Oh. Schnell ins Auto. Oh, hier. Hier, hier, hier. Komm her, komm her. Chuck. Eins. Oh, 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 oh. Wo ist denn der? Mist, Mist, Mist. Raus aus dem Auto. Raus. Weg, 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 weg. Und dann? Komm her, komm her, komm her. Ah, der ist blatt, der ist blatt. Und der nächste, komm. Was haben wir denn da? Bissensstiel? Nee. Geld. Nee, du bist ganz schön infiziert. Ja. Ey, das war knapp jetzt. So, was muss ich machen? Das kann ich nicht nehmen. Nein, doller. Na, prima. Füll den Kanister voll. Den Kanister voll. Okay, Asche zu Asche. Bringe den Kanister zu Mike. Hm. Daneben stehe ich den. Und tu den hier. Hm, daneben. Ah, das ist doof. Halt. Da ist noch einer. Ich höre ihn. Wo? 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 Da. Da hinten. Die Olle. Trude. Komm her. Komm, 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 komm. Ja. Pa. Du hast es ja nicht anders gewollt. Drecksstück. Hier. Das. Steh auf. Und. Hoch. Komm, 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 hoch. Pam, pam, pam. So, lass mich in Frieden meinen Job machen. Haha. So läuft das. So, dann fahren wir einfach mal. Oh, 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 oh. Machen wir jetzt mal folgendes. Wir gucken, ob der noch hinten drauf ist. Ne. Doch. Der ist hinten drauf. Ähm. Schnell einsteigen. Einsteigen. Hä, 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 hä. Fährt das Auto nicht. Nein, nein, nein. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. In Frieden. Daneben. Schnell weg. Ja. Zack. Wir müssen hier lang. Oh, und wir müssen hier lang. Ui. Ja. Ja, 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 ja. Ha. Alles kaputt, was kaputt geht. Ups. Ups. Da muss man echt aufpassen, wo man langfährt. Da ist ein Ausrufezeichen. Uuuh. Ich möchte, dass wir noch einen Crash bauen, der uns in die Verdammnis führt. Oh. Mist, Mist, Mist. Mach das Tor auf. Los, schnell. Okay. Sieht gut aus. Was ist denn da? Achtung, Achtung, Zeichen. So. Kanister. Und. Hier ab. Komm. Zu Mikey. Ey, Alter, es war nur davon die Rede, dass wir den Kanister holen. Was ist jetzt? Hier, der Kanister. Nimm. Nimm. Ey. Nimm den Kanister. Das ist das Gesicht. Hier, ich gebe dir nochmal. Hier. Fang. Bist du Bushido oder was? Dass du total bekloppt bist. So, nochmal. Komm, hier. Kanister. Hier. Fuck. Wo soll ich denn jetzt hin damit? Wo soll ich denn jetzt hin damit? Irgendwie muss ich dem doch jetzt sagen. Wir schmeißen das mal weg und gehen mal hin. Ich bin hier wahnsinnig mit dir. Junge. Mach mich dich wahnsinnig. Haben wir Punkte? Haben wir Punkte? Punkte, Punkte? Wir haben... Fähigkeiten. Wir haben... Einen Punkt. Ja. Blutrausch. Das ist gut. Da haben wir schon drei. Kampf. Und... Flugklag. Ja, das machen wir. Warte mal. Wie viel haben wir denn hier? Eins von drei. Was ist das? Makellose Klinge. Erhöhlt den Schaden mit allen scharfen Waffen. Und das... Erhöhlt die Haltbarkeit von scharfen Waffen. Und das? Plötzlich bewegen. Also reichsteiger die Bewegungsgeschwindigkeit. Komm, das machen wir. Geht nicht? Geht auch nicht? Geht nicht? Geht nicht? Geht nicht? Überleben? Geht auch nicht. Was soll ich denn jetzt? Was soll ich denn machen? Verstehe ich nicht. Ach, fickt euch doch. So, Mike. Was ist los jetzt? Ich nehme den mal. Und dann... Das verstehe ich nicht. Soll ich da reingehen? Und mir Geld holen? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ah, Nägel. Was hier? Geld. Und hier? Benzin-Kanister. Den muss ich dir doch geben. Jetzt quatsch doch mal nicht rum, Junge. Hier. Der ist dir. Jetzt gucken wir mal kurz die Quest an. Quest. Asche zu Asche. Klopf mal an der Himmelstür. Warte. Asche zu Asche. Hol den Benzin. Bringe den Kanister zu Mike. Hab ich doch. Komm. Mike. Hier. Kanister. F. Oder was? Sag doch mal, was ich machen soll. Ach, Mann. Du machst mich wahnsinnig. Mike. Ach, hier. Warte, warte, warte. Da muss ich es hinbringen. Wo ist denn der Kanister? Wo ist denn der Kanister? Oh, nein. Da. Gut. Ich verstehe. Ich habe es gerade verstanden. Hier. Guck mal. Guck mal da. Da. So. Bitteschön. Asche zu Asche. Rede mit Mike. Was machen wir beim nächsten Mal? Hehehe.